Ich grüße herzlichst zu einem neuen Video, ein Video, das für mich ganz besonders ist, denn, ja, der kleine Stefan, der kleine Stefan mit seinen 68 Abonnenten hat zum ersten Mal Zuschauerpost bekommen. Unglaublich aber wahr, aber es gibt Menschen, die meine Videos gerne schauen. Es gibt zumindest einen Menschen, der meine Videos gerne schaut. Es gibt einen Menschen, der meine Videos schaut. Naja, zum Thema. Ähm, genau. Ich habe heute, ähm, ja, Zuschauer-Fanpost, in Anführungszeichen, erhalten. Es ist keine richtige Fanpost, aber von einer ganz lieben Abonnentin habe ich heute einen mysteriösen Umschlag erhalten, den ich nun öffnen werde, live. Also, wenn ihr das seht, nicht live. Und? Es ist... Wie geil, oh! Wie geil ist das denn? Ich habe bekommen ein Dragon Ball Set zum Goku T-Shirt. Also, erstmal, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Normalerweise ja, kennt mich ja eh keiner. Also, kennenzulich schon. Die ganzen Leute, die dich abonniert haben, was sie am Paar sind. Aber... Ach, scheiß drauf. Liebe... Ah... Darf ich deinen Namen sagen? Ja, nicht, dass du mich nachher noch haust, wenn ich deinen Namen sag. Ich nenne dich einfach mal Stripperella. Liebe Stripperella, ich sage herzlichen Dank für dieses tolle T-Shirt, das perfekt in meine Dragon Ball Sammlung passt. Hammer! Ich freue mich riesig. Genauso... über... diesen großartigen Aufkleber, ebenfalls von Son Goku. Bombe! Und... dieses tolle Poster. Ebenfalls von Son Goku. Mit Superman. Also, in diesem Sinne, Stripperella, tausendfachen Dank. Du bist echt Hammer. Tja, meine Lieben. Ähm... Das... sind Freunde. Ich bin happy. Ja. Also, es kommt normalerweise in die Verabschiedung. aber ich kann mich nicht verabschieden, weil ich so strahle. Also, ich bin echt... Also, ich bin echt... Ich bin echt... Hammer... geflasht. Weil, ähm... ähm... Es ist ja so, dass ich großer Fan der Serie Dragon Ball bin. Und... ähm... Von daher, ich freue mich wirklich über jedes Stück, das in die Sammlung dazukommt. Riesig. Also... Na gut, ich glaub... Ich werde wahrscheinlich deinen Namen nennen dürfen. Abgesehen davon sieht das Video wahrscheinlich aus wie immer wieder keiner. Von daher, liebe Sandra. Tausend Küsse an dich. An... An alle, die dieses Video ermöglicht haben. Ihr seid Bombe. In diesem Sinne. Tschüss.